Jeder Mensch kann schwimmen und wenn ich nicht schwimmen kann, bin ich dann vielleicht gar kein Mensch. Das Bewegungsmuster des Armzuges gleicht einem Herz? Noch Fragen? Unter Wasser ist für mich Panik. Mein Vater war damals im Krieg und er kam nach Hause auf Urlaub. Da hat mein Vater meiner Schwester das Schwimmen beigebracht, an diesem einen Tag. So, Manfred, du kommst das nächste Mal dran, hat er dann gesagt. Aber aus dem nächsten Mal wurde eben nichts. Und er musste dann wieder an die Front. Ach, es geht ja eigentlich nicht. Nicht gerade halten, mir ist doch alles gut. Manfred, du bewegst dich wie ein Rentner. Gib mal ein bisschen Gas. Die Seeds sind ziemlich winkert. Curtains, clothes brown. Die Träume für die Jugend reichen nicht aus fürs Leben, du brauchst auch einen Traum fürs Alter. Die Träume für die Jugend reichen nicht aus fürs Leben, du brauchst auch einen Traum.